Hallo nochmal bei BlueFrame Video. Ich habe doch von dem wunderschönen Silbersee 2 in Haltern in Nordrhein-Westfalen ein paar Copter Aufnahmen gemacht. Die Aufnahmen sind übrigens sehr alt, das heißt ich darf die jetzt veröffentlichen. Ich durfte da auch noch fliegen. Alles in Ordnung, ein paar Impressionen von dem Tümpel, da kann man wunderbar schwimmen gehen und so ein paar Bötchen habe ich auch noch drauf. Viel Spaß, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.